Hallo und herzlich willkommen bei Watt24, deinem Online-Shop für professionelles Licht. In diesem Video zeigen wir dir, wie du die alten Außenleuchten an deinem Haus mit modernen LED-Leuchten ersetzt. Mit ihrem gradlinigen Design verleihen sie deinem Haus eine ganz neue Optik. Für die Umrüstung verwenden wir die LED-Wandanbauleuchte Quader der Firma Brumberg. Neben der kompakten Bauform und dem modernen Design ist die Leuchte mit 3,5 Watt äußerst sparsam und kann mit der hohen Schutzklasse IP65 dauerhaft der direkten Bewitterung ausgesetzt werden. Weitere Infos zu dieser Leuchte findest du unten in der Videobeschreibung oder hier. Was du alles brauchst? Einen Schraubendreher, eine Bohrmaschine mit passendem Bohrer, eine Wasserwaage, das mitgelieferte Montagematerial und natürlich die Wandanbauleuchte Quader von Brumberg selbst. Vor der Montage ist die entsprechende Sicherung herauszunehmen und gegen Wiedereinschalten zu sichern. Und los geht's! Als erstes wird natürlich die alte Wandleuchte entfernt. Dafür entfernen wir zunächst das alte Leuchtmittel. Jetzt wird die Leuchte abgeschraubt. Dann wird die Verdrahtung gelöst. Nun öffnet man mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel diese Schrauben um den Wandsockel der Brumberg Quader abnehmen zu können. An diesen durchsticht man nun die Kabeldurchführung und positioniert die Abdeckkappe an der Wand. Jetzt können die Bohrlöcher markiert werden. Wir machen das mit dem Schraubendreher. Und dann kann auch schon gebohrt werden. Nachdem man den Bohrstaub entfernt hat, werden die Dübel in die Bohrlöcher gesteckt. Jetzt werden die Dichtungen und Unterlagsscheiben auf die Befestigungsschrauben gesteckt. Danach führt man die Leitung durch die Kabeleinführung, positioniert den Wandsockel vor den Bohrlöchern und schraubt ihn fest. Jetzt kann auch mit der Wasserwaage geprüft werden, ob der Sockel gerade angeschraubt ist. Wenn alles passt, wird nun mit den Klemmen an der Leuchte verdrahtet. Wie üblich der Schutzleiter mit dem Erdungssymbol grün-gelb, die Phase mit L schwarz oder braun und der Nullleiter mit N blau. Jetzt können die Kabel in der Leuchte verstaut werden und der Leuchtenkörper auf dem Wandsockel durch Andrehen der Inbusschrauben am Wandsockel befestigt werden. Fertig! Natürlich kannst du diese Leuchte auch mit einem Bewegungsmelder schalten. Falls du noch weitere Fragen zur Brumberg Quader oder ganz allgemeine Fragen rund um das Thema professionelles Licht haben solltest, kannst du dich natürlich jederzeit gerne per Telefon, Chat oder auch Videocall an uns wenden. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann freuen wir uns über ein Like. Und vergiss nicht unseren Kanal zu abonnieren, denn wir von Watt24 lassen dich nicht im Dunkeln stehen.